So Sören, da haben wir ja noch mal Glück gehabt heute, wa? Ja, das ist für ein Glück gut geklappt. Ne, Kristol mag ich auch nicht so gerne, sagst du? Ja, bei mir ist gut soweit hier, Freunde, was bei dir auch? Ja. 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 Ja, ja. So, macht den ja schon wieder der Chef. Hört ja auch alles gut, sehr schön. Hast du schon ein Video davon hochgenommen auf YouTube? Du meinst jetzt vom Bausimulator Sachse? Ne, aktuell ist noch für drei, vier Tage glaube ich ATS. Hallo. Drei, vier Tage ATS und dann ist die erste Staffel von ATS rum und dann geht's hier weiter. Dann kommt das, ich denke mal so nächste Woche kommt da die erste Folge. So, aber was machen wir? Ja, ja, ja. Ja, 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 der Chef steht da schon so und klopft mit den Füßen. Hallo, 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 hallo. Bibi ballert jetzt wieder. Ist das bei dir auch so wieder so unverfickt heiß? Äh, heute ging's tatsächlich, morgen soll's richtig warm werden. Heute ging's noch. Aber auf dem Festival letzte Woche, Timur, da war das Boden los. Äh, 34, um die 34 Grad gehabt beim Aufbau, das war nichts. Ich sah auch wirklich aus, als wenn ich geduscht hätte die ganze Zeit, weil ich so geschwitzt habe. Sooo. Ne, das ist nicht, eigentlich das ist Sören. Ey, holt sie grad noch was zu essen. Cool Arsch und Mühlein. Ja. Zap, zap. Ich hab' die traurige Musik hier heute. Was ist denn hier los? Äh, echt, meinst du? Ja. Ist sie immer so, ja? Ja, ja. Ich hör' die, glaub ich, zum ersten Mal so richtig. Hast du mir aufgefallen, ne? Richtig traurig. Ja, weil's keinen Bockwurst gibt hier auf der Baustelle. Das ist das Traurige. Bockwurst, das hört keine Zeit. Und wer ist Sören? Sören ist, äh, ja. Ist einer. Ich bin ich. Du hattest ja eigentlich nur vom Discord gekannt vorher, ne? Ich ja. Ja. Wie so ziemlich alle. Ja, genau. Und dann immer mal zu den Leuten gefahren mitfeiern und, ja. Ja. Mhm. Fast bei jeden jetzt schon gemacht. Außer bei den Leuten, die so weit weg sind wie... ...wie Darkie und so, die in Österreich wohnen. Ja, das ist ja... Kannst du nicht machen, ey. Ist der auch schon... Kann ich auch irgendwann nochmal machen, aber... Gottlos verlassener, geiler Streamer wie du einer bist. Äh, nee, aber er hatte mal gestreamt. Ja. Ich hatte mal gestreamt, ja. Fast ein Jahr lang, aber... Ja. Ich bin nicht so ein Entertainer. Ich auch nicht. Naja, du laberst wesentlich mehr wie ich. Ja, gut, ja. Aber halt auch nur Scheiße. Ja, aber... Das ist egal, erstmal. Das ist egal. Ja, da... Hallo, Beutel. Hallo, gut Arsch. Äh, da. Ohhhh. Yeah, da. Da. mein bester was macht der balkon wechseln gedeiht noch hier war der hat auch ja ja auch schon gerne der shop hat heute aufgemacht dieser der halt erde verkauft und so ist jetzt habe ich mal geguckt wegen den tätowierer aber ich weiß nicht wann der aufmacht oder die rennung werden fleißig den baust du gerade ja den balkon der soll aber ja der tätowierer soll aber jemand sein der im branche schon hatte studie hatte wohl warum macht man den leerbein auf was machen die ladies flo weglaufen nach der letzte wo habe ich doch gar bock bei drauf auch wenn es cool war mit dem typen kaffee zu trinken aber ich musste nicht den freund wieder hier vor der tür ja die Das war's für heute. Hoppala, hoppala, äh, da muss nur das Geländer rein. Kommt noch, wenn du mal groß bist in die Schlange, denke ich auch, denke ich auch. Heute kommt von alleine. Muss aber auch nicht unbedingt. Das war's für heute. Okay. Ich laufe mal weiter, sonst gleich nicht. Mach das, jawohl, mach das. Guck mal, ey, gut hast du gegessen, jetzt rennt er zum Dixi. Nein, ich bin noch am Essen, aber ich wollte gerade die Dinger wegmachen. Ach so. Ach so. Ich brauch Beton, ey, ich brauch Beton. Beton, Alter, ey, ey, ey. Ich bin am Essen immer mal. Mittag. Mittag. Multitats gegen. Was muss er denn? Ja. Ja. Na, 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 na. Ja, na, na. Ja, na, na, na. Mach's gut, Junge. Ja, Wälde. Ja, Wälde. Ich wünsch dir was, mein Lieber. Oh, oh, da komm ich gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Aus. Das kann sich jetzt nicht. Das kann sich nicht. So, dann kannst du mal gucken, ob du mit irgendwas gegen diese eine Ecke da fahren kannst. Die hier vorne liegt bei mir. Ich komme nämlich an den Haken nicht mehr dran. Ich kann den nur sichern und nicht wegbringen. Warum? Die Teile hier noch rumstehen oder was? Das können sie auch. Ah, jetzt. So, haben wir gespawnt. Ich hoffe, der Baller hat auch mit 80 G. Fisch die jetzt da. Ne, warte. Wir müssen ja bestimmt gleich noch dieses Baller-Ding holen. Ne. Gutes Film. Ah, der ist im Haus drin, leider. Der muss aus dieser Enke draus. Ja, jetzt. Oder warte, ich glaube, jetzt liegt der unter der... Ne, doch, jetzt müsste es gehen. So macht man das auf der Baustelle. Oh, ja, genau. Oh, ja, genau. Oh, ja, das ist ein Bunker, aber Hilfe. Ja, das ist doch ein riesen Ding hier. Also, wenn ich heute Abend Radio gehe, dann mache ich den BNC sofort aus. Das war jetzt wieder bodenlos gestern. Mann, ey. Juhlchen, dann würde ich einen guten Abend. Vielen Dank für dein Teamherz. Einen wunderschönen. Nö, für mich geht's bestens. Soweit eigentlich. Ja. Soll ich sagen, zwar... Ja, das ist gut soweit. Wie geht's dir? Du hast doch gar nicht gefragt, ob ich Wasser habe. Das ist wie ein neuer Moden. Vielen lieben Dank für deine zehn Rosen. Vielen, vielen lieben Dank. Stell dich gut weg. Jawohl. Vielen, vielen lieben Dank. Und dir geht's gut. Ganz gut. Okay. Das ist sehr schön, das freut mich zu lesen. Heute mal anders. Ja, auch mal andere Seiten aufziehen hier, ne? Danke. Bitte. Nein.